Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Wut und Depression und ich möchte meine persönliche Erfahrung teilen. Ich bin kein Therapeut oder sowas, sondern ja, ist generell so. Alles, was ich teile, habe ich selbst erfahren und nicht in Büchern gelesen. Was passiert, wenn wir unsere Kraft unterdrücken, ist Depression. Oder das drückt der Name ja auch schon aus. Depression, unterdrücken, Makro übersetzt aus dem Lateinischen. Und die Folgen davon können sehr, sehr unangenehm sein. Und wir können auch denken, Hilfe, was ist mit mir los? Oder ich fühle mich so schlapp, ich habe überhaupt keine Energie. Dabei haben wir eigentlich sehr, sehr viel Energie. Es braucht nur enorm viel Energie, um unsere eigene Power zu unterdrücken. Das heißt, stell dir vor, auf der einen Seite hast du hier einen 1000 PS Motor oder 10 Pferde, die galoppieren wollen. Und dann nutzt du aber unbewusst aus deinem Verstand Energie, um diese Pferde irgendwo einzuferchen, dass die nicht galoppieren wollen. Das braucht natürlich unglaublich viel Energie. Das heißt, du kämpfst gegen dich selbst. Und wenn wir das einen Tag lang so machen, kannst du auch mal ausprobieren, einfach wirklich so zu drücken. Das dauert wahrscheinlich keine halbe Minute, bis du merkst, oh, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wo deine Energie verschwindet. Und das zu erkennen und zu sagen, okay, vielleicht ist mit mir nichts verkehrt, sondern irgendwo ist was in mir, was dafür sorgt, dass ich meine eigene Energie unterdrücke. Als eine Möglichkeit. Ganz wichtig, es gibt sich noch 1000 andere. Das ist einfach ein Prinzip, was ich gefunden habe, was ich teilen möchte. Ist auch kein Ersatz für Therapie oder irgendwas hier, sondern ich möchte einfach teilen, was ich so gesehen habe in mir. Genau, der Punkt, der für mich wirklich funktioniert, ist, wie man da rauskommt, ist, dass wenn ein erstes Bewusstsein da ist, so, wow, anscheinend bin ich gerade echt depressiv. Oder ich fühle mich echt antriebslos. Uff, ich kann am liebsten die ganze Zeit nur schlafen. Der erste Punkt wäre zu sagen, ich erlaube mir das. Ich kämpfe nicht dagegen und versuche nicht, das irgendwie wegzumachen, weil das erzeugt noch mehr Druck. Das heißt, das führt wahrscheinlich zu noch mehr Erschöpfung. Wenn wir Erschöpfung oder Müdigkeit weghaben wollen, sind wir noch erschöpfter, weil wir gegen das ankämpfen, was gerade da ist. Und das kostet Energie. Das heißt, der erste Punkt wäre zu sagen, ich erlaube mir das, müde zu sein, erschöpft zu sein. Und dann merkst du wahrscheinlich, oh, es tut gut. Ich bin schon ein Stück weit entspannter. Der zweite Punkt wäre dann, anzuerkennen, vielleicht ist da etwas, was dazu führt, dass ich diese Energie unterdrücke, aber ich mache das ja unbewusst. Ich mache das ja nicht absichtlich. Das heißt, ich kann gerade nichts dafür. Und statt dagegen zu kämpfen, kann ich das leicht einfach annehmen und vielleicht auch mit einem Psychologen oder Coach oder jemandem, der dich unterstützen kann, zu erforschen, was könnten denn die Gründe sein dafür, dass ich diese Energie unterdrücke, dass ich meine Wut unterdrücke, meine Kraft unterdrücke. Und auch da nicht mit dem Ziel, dass das aufhört, sondern dass wir deinen inneren Beschützer mit an Bord holen, der nämlich wahrscheinlich sehr gute Gründe dafür hat, deine Wut zu unterdrücken. Der sagt, wow, das letzte Mal, als wir das gemacht haben oder als wir das in der Kindheit gemacht haben, das ist immer echt schlecht für uns ausgegangen. Es ist gut für unser Überleben, Wut zu unterdrücken. Lass uns die bitte nicht zulassen. Und wenn dein innerer Beschützer das so abgespeichert hat, dann kannst du dich davor auf den Kopf stellen, du kannst sonst was machen. Es wird nichts passieren, weil er sagt, die Regel ist wie in Stein gemeißelt. Und ich werde definitiv nicht Wut zu lassen, sonst sterben wir noch. Lieber uns echt blöd und beschissen fühlen und depressiv als möglicherweise bei drauf gehen. Was aber das Schöne ist, ist, dass dein Verstand, dein innerer Beschützer lernfähig ist. Ähnlich wie ein Kartenprogramm von 1998 vielleicht noch ein paar Brücken nicht eingezeichnet hat und sagt, wir können da nicht langfahren, da geht es in den Fluss rein. Deswegen ist es sinnvoll und intelligent, nicht da langzufahren. Ähnlich wie da können wir das Kartenmaterial updaten. Das heißt, wir können die neueste Version runterladen, die überspielen und dann sieht dein innerer Beschützer, alles klar, da ist eine Brücke. Das wusste ich nicht, jetzt weiß ich es, jetzt können wir da rüberfahren. Jetzt ist es okay. Und dann merkst du, dass als Ergebnis davon plötzlich deine Energie wieder anfängt zu fließen oder deine Wut an die Oberfläche kommen darf. Deine Kraft kommt plötzlich wieder raus und du merkst, oh, wow, alle Ängste, die ich hatte, lösen sich gerade auf. Es passiert gar nichts Stimmes. Weil das ist ja der Grund, warum wir das machen, warum wir die Wut unterdrücken. Dass wir denken, wenn ich das mache, dann passiert was Stimmes. Also muss ich es unterdrücken. Da kannst du auch dann erforschen. Das wäre nämlich die Frage, wie aktualisiere ich denn das Kartenmaterial? Ganz einfach. Frag deinen inneren Beschützer. Kannst du auch einfach sagen, lieber innerer Beschützer, was ist deine Angst? Was könnte passieren, wenn wir die Power wieder zulassen? Oder was könnte passieren, wenn ich nicht meine Energie so stark unterdrücke, dass ich depressiv bin? Und du kannst ihm einfach zuhören. Das funktioniert auch gut mit Schreiben oder vielleicht auch laut sprechen, während du im Wald spazieren gehst oder am Computer schreiben oder handschriftlich. Das Wichtige dabei ist, dem wirklich Raum zu geben und nicht mit der Einstellung das zu machen, so los, du musst jetzt hier sagen, was da los ist, damit sich das endlich löst, damit du dich endlich veränderst. Weil das spürt er und sagt, nee, so nicht. Ich möchte gerne einfach so sein dürfen, wie ich bin. Und wenn du mich so sein lässt, dann rede ich auch gerne mit dir. Wenn du aber merkst, du möchtest das gerne ändern und du kannst es nicht mehr so aushalten, dann kannst du auch dem einfach Raum geben und darüber schreiben. Und ja, wie ist es gerade, dass ich das kaum aushalten kann? Wie ist es, dass ich das verändern möchte und dass ich das anscheinend gerade nicht schaffe? Und auch darüber kann Entspannung stattfinden. Aber nehmen wir mal an. Ja, du kannst offen deinem inneren Beschützer begegnen und ihn wirklich fragen, was wären Nachteile davon, wenn wir nicht mehr die Wut unterdrücken. Und das erstmal alles aufschreiben und rauslassen und dem einfach Raum geben. Vielleicht merkst du dann auch, dass dein Bewusstsein direkt sagt, das macht hier überhaupt keinen Sinn. Oder du merkst, wow, das ist wirklich eine Angst. Ich glaube wirklich, dass das wahr ist. Und egal in welchem Fall oder egal was passiert, kannst du es im nächsten Schritt dann einfach hinterfragen. Und dich fragen, ist es wirklich so, dass ich attackiert werde, wenn ich meine Wut rauslasse? Und gut dabei kann es sein, dich nicht auf die Zukunft zu beziehen und zu denken, ja, aber wenn ich das mit der und der Person mache, ja, natürlich wird die mich wieder attackieren. Sondern jetzt in diesem Augenblick. Einfach zu sagen, wäre es jetzt in diesem Augenblick okay, die Wut zuzulassen. Und wenn ich mich hier so umschaue, zum Beispiel, ich bin gerade alleine im Wald, hier ist niemand. Und das heißt, objektiv betrachtet, könnte ich sagen, es wird sich wahrscheinlich nichts verändern, wenn ich wütend bin. Oder depressiv. Ist beides okay für den Wald. Ganz wichtig, im Moment bleiben. Weil es kann ja sein, dass es in der Zukunft Momente gibt, wo ich attackiert würde. Und da kann ich ja auch wieder die Wut unterdrücken. Das spricht ja nichts dagegen. Also es geht nicht darum, dass etwas zu unterdrücken schlecht ist oder negativ ist, sondern einfach, manchmal kann es vielleicht gut sein, was zu unterdrücken. Auch vielleicht, was wir sagen wollen. Es ist nicht immer alles angebracht. Gut, dass wir nicht alle komplett ungefiltert jedem die Meinung sagen. Es gäbe ein großes Chaos. Sondern manchmal kann es einen Vorteil haben, Sachen für sich zu behalten. Vielleicht sogar zu unterdrücken, auch wenn es unangenehm ist. Und ja, wenn wir aber alleine irgendwo sind oder es ungefährlich ist, dann ist es einfach super anstrengend auf Dauer. Das heißt, wir müssen es nicht die ganze Zeit machen. Wir können die meiste Zeit wahrscheinlich einfach die Energie zulassen. Genau. Und wahrscheinlich ist es auch nicht nur eine Angst, die dann auftaucht, sondern es können einige sein. Das heißt, du kannst dir einfach Zeit dafür nehmen und einfach jedes Argument deines inneren Beschützers auf die Probe stellen und schauen, ist das wirklich wahr? Wenn ja, super, dann weiß ich Bescheid, dass es wirklich gut ist, gerade um meine Kraft zu unterdrücken, meine Wut. Wenn nicht, dann könnte ich sie ja vielleicht ein bisschen zulassen. Vielleicht auch nur 10 Prozent. Und dann nochmal 10 Prozent. Dass einfach dein innerer Beschützer in Kontrolle bleibt. Das ist wichtig dabei. Dass du nicht sagst, wir machen das jetzt und egal, was du willst, sondern, okay, lieber innerer Beschützer, du hast die Kontrolle. Wäre es okay, wenn wir 10 Prozent der Wut zulassen oder 1 Prozent? Und mal schauen, wie das ist. Und wenn es dir nicht passt, dann können wir es wieder abstellen. Wäre das okay? Einfach mal testen. Ist das wirklich so schlimm? Oder ist es vielleicht angenehm? Und dann merkst du vielleicht, oh, es fühlt sich ein bisschen entspannter an und irgendwas kribbelt in meinem Bauch. Oh, ich werde ein bisschen wacher. Ist es gerade schlimm? Ist es noch sicher? Ja. Okay, jetzt habe ich Lust, noch mehr zuzulassen. Oh, tut das gut. Oh, ich werde noch lebendiger. Oh, ich gähne und möchte mich aufrichten. Und dann kommt irgendwann vielleicht, oh, und jetzt habe ich Angst. Jetzt kommt ein Freeze. Bis hierhin war okay, aber nicht weiter. Und auch da dann wieder nicht denken, ah, Hilfe, Mist, jetzt funktioniert es nicht. Oder du kannst es ruhig denken, aber wenn du merkst, das kommt, dann auch wieder schauen, okay, was ist jetzt gerade die Angst? Was könnte jetzt passieren, wenn ich mir Angst zulasse? Und dir da einfach wirklich Zeit nehmen, dass dein innerer Beschützer das Update wirklich zu 100 Prozent aufspielen kann auf deine Festplatte in dieser Metapher. Weil du kannst dir vorstellen mit dem Kartenmaterial, dass die Brücke erscheint Stück für Stück. Das heißt, er sieht dann nur, ah, okay, ich sehe da so eine Art Brücke, zumindest ein Teil davon. Bis dahin können wir gehen. Und dann hängt es kurz, weil er denkt, aber jetzt ist da nur noch das Wasser drunter. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, fallen wir ins Wasser. Dann wieder Zeit geben. Der Download geht weiter. Und dann merkt dein Verstand, oh, da sind ja noch zwei Schritte nach vorne, Brücke gerade aus dem Nichts erschienen. Und das einfach so lange machen, bis die Brücke irgendwie irgendwann ganz da ist und du merkst, oh, ich bin rübergegangen. Ich kann meine Wut zulassen. Ich kann meine Kraft zulassen. Ich brauche die gar nicht unterdrücken. Oh, ist das entspannend. Und rückblickend, aus meiner Erfahrung ist es bei mir dann zumindest so, dass ich das Problem gar nicht mehr verstehe. Dass ich denke so, ja, komisch. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Da war doch die ganze Zeit die Brücke. Das heißt, es ist wirklich so überschrieben, dass wir oft nicht mal eine Erinnerung mehr daran haben, was eigentlich das Problem war. Und das ist für mich ein Zeichen der wahren Transformation. Das ist einfach komplett gelöscht. Es ist komplett überschrieben. Ja, das heißt, zusammengefasst, Wut und Depression. Wenn wir Wut unterdrücken, dann kann das ein Ausdruck, davon kann Depression sein. Oder dass wir uns müde, schlapp, machtlos, energielos fühlen. Und der Weg wieder aus der Depression raus oder, ja, unsere Wut zu spüren, kann sein, das einfach Schritt für Schritt zu machen und unseren inneren Beschützer mit reinzuholen, weil der derjenige ist, der unsere Kraft unterdrückt. Und wenn der merkt, es ist sicher, sie zuzulassen, Schritt für Schritt, Beispiel die Brücke langsam bauen, dann fängt die Energie wieder an zu fließen und wir fühlen uns besser und haben mehr Energie, die wir frei ausdrücken können, statt dass wir in uns, gegen uns selbst kämpfen. Wenn es Fragen dazu gibt, schreib gerne in die Kommentare. Wichtig dabei, wie gesagt, ich bin kein Therapeut oder Psychologe, sondern ich finde diese Dinge alle in mir, diese menschlichen Anteile und kann aus eigener Erfahrung sagen, was ich da bei mir gefunden habe. Ich freue mich, von dir zu hören und herzliche Grüße aus dem kalten Wald.